Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Eppernus wieder am Start und zwar in der nächsten Reveille, in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um folgendes kleines Technik-Gadget und zwar um die TrueFree A1. Auch wenn es auf der Packung aussieht wie eine A7, man muss ja erstmal direkt gucken, womit man es jetzt hier an der Stelle zu tun hat. Das sind jetzt hier True Wireless Bluetooth Kopfhörer Half-In-Ear. Das heißt, wir haben da oben keinen Silikonstutzen oben dran, sondern hier an der Stelle liegen die ganz normal AirPods gleich in den Ohren und sollen mit 14,2 mm Treibern guten Klang an der Stelle verbreiten. Ja, das wollen wir erstmal gucken, also anschauen. Das Dual Mic für Noise Cancelling, kein Active Noise Cancelling. 14,2 mm Bio-Treiber, Bio-Coated Dynamic Driver. Okay, bis zu 17 Stunden Spielzeit hört sich ja an der Stelle schon mal gut an. Und das Schöne daran ist, Half-In-Ear-Kopfhörer könnt ihr selbst im Straßenverkehr tragen. Ja, und an der Stelle braucht man keine Sorge haben, dass man irgendwie überrollt wird, weil man trotz alledem überall noch links rum was wahrnehmen kann. Wir schauen mal direkt rein. Also wir haben einmal eine Bedienungsanleitung, die werden wir wahrscheinlich gar nicht großartig brauchen, aber wir haben sie. Wir haben an der Stelle hier ein kleines Ladekabel. Wir haben natürlich keine Ohraufsätze, weil es ja kein Silikonstopfen dabei ist. Die sitzen halt in den Ohren. Und ein USB-A auf USB-C Kabel. So, das brauchen wir erstmal alles nicht. Gucken wir uns erstmal hier die kleinen Kopfhörer an. Das ist so die Box, da kommen sie wunderbar klein daher. Über die letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich ja den ein oder anderen Bluetooth-Kopfhörer und muss aber sagen, mir gefallen mittlerweile Half-In-Ear-Kopfhörer am besten. Das ist also völlig egal. Ich habe da mehrere im Sortiment dabei. Die nehme ich zum Beispiel immer mal wieder gerne. Die kannst du dir einfach in die Ohren reinhauen und dann nebenbei einen Film gucken. Und du kriegst trotz alledem von deiner Umwelt noch was mit und der Klang ist wirklich gut. Es ist nicht immer so, dass der Klang das Optimum rausholt. Aber sie sind auf jeden Fall so gut, dass man ringsherum seine Umwelt immer noch wahrnimmt. So, dann haben wir sie mal direkt rausgeholt. Hier haben wir so die Touch-Steuerung. Und da sieht man auch schon direkt, dieser kleine Punkt ist das Mikrofon. Sieht soweit schon mal ganz gut aus. Links und rechts, sehr gut. Dieses hier müssen wir abziehen, denn ansonsten laden die Kopfhörer halt nicht das erste Mal auf. So, dann legen wir sie mal kurz in die Schachtel rein. Und da sehen wir, hier ist also die grüne LED, die ist dafür da, wie viel Energie hat das Ladecase. Und rot bedeutet, wie viel Energie haben jetzt an der Stelle die Kopfhörer. Rot bedeutet immer, sie werden dann aufgeladen. Ja, dann sitzen die ja soweit gut wunderbar drinnen. Von außen sieht mir das nicht so aus, als wenn wir da irgendwo nochmal eine LED haben. Was ja auch kein großes Problem ist, weil wir haben hier die Möglichkeit, an der Charging-LED zu sehen, wenn wir das kleine Kästchen aufladen. Also soweit schon mal ganz in Ordnung. So, wir gucken. Es leuchtet also immer noch nach wie vor. Jetzt wollen wir natürlich Folgendes machen und wollen die Kopfhörer das erste Mal direkt verbinden. Das mache ich jetzt auch mal. Dafür gehen wir dann direkt rein in den Bluetooth-Modus. Wir nehmen die Kopfhörer mal raus, denn ansonsten finden wir die hier nicht. So, wir schauen mal rein. So, dann müssten die ja innerhalb von ein paar Sekunden direkt bereit sein. Mal sehen, ob die sich schon angestellt haben. Ja, sie sind auf jeden Fall schon bei Pairing direkt drinnen. Und wir gehen nochmal direkt einmal zurück. Jawohl. Gehen nochmal direkt da drauf. Bluetooth. Und dann müssten die doch eigentlich schon gleich... Da sind sie. Die True Free A1. So, sie werden direkt... Jawohl. Wunderbar. Und schon connected. Die kommen also mit 70% Akkuleistung daher. Unterstützen den AAC-Codec. Wir gehen mal ganz kurz drauf. Wir könnten jetzt hier alles weitere einstellen. AAC-Codec. Hier steht es High Quality Audio Experience. Also die beste Audioerfahrung, was man so an der Stelle jetzt hier übermitteln kann. Soweit sind die Kopfhörer wirklich schön klein. Und wir wollen mal gucken, wie der ganze Spaß aussieht, wenn wir jetzt hier Atmos-Musik mal drüber laufen lassen. Das heißt, so das Beste, was es sozusagen jetzt hier gibt. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir gehen mal rein. Ich mache hier währenddessen mal Amazon Music auf. Natürlich sollte man hier nicht immer vergessen, das sind Kopfhörer für unter 30 Euro. Oder zumindest knapp 30 Euro. Die können natürlich nicht so krass die ganze Musik wiedergeben. Aber wir wollen es natürlich dann erstmal trotz alledem probieren. So, ich habe jetzt das erste Mal ein Lied an. Christmas Prime Time. Alles klar, wunderbar. Ich meine, im September kann man ruhig mal Weihnachtsmusik hören. So, wir gehen mal da auf Ultra HD drauf. Die Track Quality ist 96 Kilohertz, 24 Bit. 24 Bit, 48 Kilohertz kann mein Gerät an der Stelle. Und so viel können dann an der Stelle auch die Kopfhörer. So, das heißt, ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen damit durchprobieren. Werde die Kopfhörer jetzt erstmal richtig schön Probe hören. Und dann bin ich echt gespannt, wie gut das Ganze klappt. Mal sehen, wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke. Ah ja, also einmal rechts drauf drücken bedeutet jetzt schon Lautstärke hoch. Da brauche ich nicht mal die Anleitung lesen. Kann ich euch direkt so zeigen. Also links geht die Lautstärke runter. Rechts geht die Lautstärke hoch. Dann Doppelklick müsste Pause sein. Doppelklick müsste wieder Play sein. Egal ob rechts oder links. 1, 2, 3. Gucken wir mal. Genau, da braucht man nicht viel lernen, wenn man schon Erfahrung mit den Kopfhörern hat. Drei Mal klicken auf der rechten Seite ist der Sprachassistent. Und auf der linken Seite. 1, 2, 3. Da passiert nichts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, Sprachassistent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein, okay. Nur auf der rechten Seite bisher. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall erstmal voll aufladen und mir dann in die Ohren stecken. Und dann hören wir uns hinterher die Zusammenfassung an, wie gut sie sind. Und wir hören uns natürlich noch einen Mikrofontest an von den Kopfhörern direkt. Willkommen an der Stelle jetzt hier zu dem Kopfhörer-Mikrofontest der TrueFree A1. Was ihr jetzt direkt hört ist der Mikrofontest. Und ich habe die Kopfhörer rechts und links in den Ohren drinnen. Und spreche jetzt direkt zu euch darauf hinaus. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kopfhörer haben ein wirklich gutes Mikrofon, welches auch nicht zu leise aufnimmt, wie man jetzt hier auch unschwer hören kann. Und die Qualität ist für 35 Euro völlig im Rahmen und ist wirklich tipptopp zum Telefonieren. Da kann man jetzt nicht meckern. Besser wären da bloß Kopfhörer ab 50 bis 100 Euro. Aber auch da hatte ich schon das ein oder andere Mal Mikrofone drin, die wirklich einfach nur grottig und blechern geklungen haben. Hier für den Preis ist die Preisleistung völlig in Ordnung. Und wie gesagt, half in ihr Kopfhörer. Da habt ihr sowieso keine Silikonstoppen in den Ohren und hört definitiv, was ihr selber erzählt. Jetzt geht es aber direkt weiter mit dem Video. So Freunde, jetzt habe ich das Ding wirklich einige Tage mal komplett ausprobiert. Unter anderem habt ihr eben gerade den Mikrofontest gehört, der integrierten Mikrofone logischerweise. Ist jetzt nicht der Renner, reicht aber zum Telefonieren aus. Das Gegenüber versteht einen, solange ihr jetzt nicht direkt neben der Straßenbahn dauerhaft steht. Was soweit ganz klar ist, weil die Kopfhörer nicht alles Mögliche rausfiltern können. Die 14mm Treiber haben auf jeden Fall ordentlich Wumms, sage ich mal, für half in ihr Kopfhörer. Man kann wunderbar Musik hören, man kann auch wunderbar Audio-Video gucken. Deswegen habe ich den Synchrontest jetzt hier nochmal direkt angemacht. Denn ansonsten ist mir nämlich direkt aufgefallen, wenn ich jetzt hier Netflix gucke, Disney Plus gucke oder Amazon Prime, läuft das Ganze wirklich super. Vom Telefon, vom Tablet keinerlei Probleme. Von meinem Mini-PC, darüber habe ich sie dann auch immer mal verbunden. Und das läuft wirklich synchron, also lippensynchron. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz drauf, hier gehen wir mal hier rein und machen wir den Synchrontest an. Maximale Lautstärke. So, das läuft soweit sehr gut. Wenn ich auf den linken Kopfhörer dreimal tippe, kommen wir in den Game Mode rein. Das ist der Game Mode. Höre ich keinen Unterschied, sehe ich keinen Unterschied. Und wir gehen wieder raus. So, Exit Game Mode. Läuft nach wie vor synchron. Also ich kann da keinen großen Unterschied feststellen. Wenn wir jetzt allerdings dann direkt mal hier drauf gehen und zum Beispiel jetzt hier wieder bei Musik reinschauen. Ich habe jetzt wirklich alles an Musik gehört. Das ist die maximale Lautstärke. Also nur mal nebenbei. Da bläst du dir das Trommelfell weg. Ist jetzt nichts für mich. Viel zu laut. Ich höre mir das dann lieber ein bisschen leiser an. Funktioniert soweit aber sehr gut. Ich sagte ja schon, dass das Ganze in der Ultra HD Qualität mit 24 Bit und 44,1 Kilohertz daherkommt. Also wirklich tadellos. Akkulaufzeit kommt immer auf die Lautstärke drauf an. Ich sage mal so, locker drei bis vier Stunden, wenn du leise hörst. Wenn du mittel bis ganz laut hörst, dann natürlich ja ein bisschen weniger logischerweise. Aber ich sage mal so, um die drei bis fünf Stunden kann man das Ganze stricken. Es kommt immer auf die Lautstärke und auf die Musik drauf an. Wenn du einen Film guckst oder ein Hörbuch hörst, ist es weniger, weil halt nicht so viele. Szenen sind, wo der Treiber halt richtig aktiv arbeiten muss. Ja, ansonsten, was soll ich großartig noch dazu sagen? Die Töne, die der Kopfhörer ausgibt, sind, ich sage mal, preis-leistungsmäßig wirklich gut. Da kann man soweit nichts sagen. Ich sage ja, die Dinger kosten jetzt gerade mal um die 35,62. Das ist wirklich tip top. Und man müsste sonst 43 Euro bezahlen. Da kann man soweit nichts gegen sagen. Den Game Mode, wie gesagt, ich finde da jetzt keinen großen Unterschied. Der Treiber ist für HIF-E-Kopfhörer wirklich in Ordnung. Vier Mikrofone, zwei links, zwei rechts. Soweit in Ordnung. Aber wie gesagt, sprachtechnisch habt ihr es ja gerade gehört. Wir haben keine induktive Aufladung an der Stelle. Wir laden über Type-C. Und es wird ja auch mit viereinhalb Stunden Akku angegeben. Das kommt aber, wie gesagt, stark auf die Lautstärke an. Es können auch mal weniger sein, ungefähr drei Stunden. Und es kann auch ein bisschen mehr sein, wenn ihr, wie gesagt, nur ein Hörbuch hört. Also das Rapid Pairing ist auf jeden Fall voll und ganz dabei. Das geht ruckzuck. Und ansonsten haben wir hier nochmal die Möglichkeit, in den Kabelbaum, hätte ich fast gesagt. Nein, in den Baum der Steuerung reinzuschauen. Also einmal drücken ist ja soweit ganz klar. Das hatten wir ja beim ersten Mal schon mal ausprobiert. Das ist bei fast allen Kopfhörern gleich. Das heißt, wenn wir hier einmal draufdrücken, dann geht das direkt in den Play-Modus rein. Also zumindest meistens. Das kommt immer ganz drauf an. So, komm mal her. So, Play-Modus. Hallo? Jetzt. Doppelklick war der Play-Modus. Genau. Und wenn wir einmal draufdrücken, dann gehen wir natürlich jetzt direkt in der Lautstärke runter. Was interessant ist, wenn wir hier länger draufdrücken, dann zack, fängt der Titel wieder von vorne an, beim linken Kopfhörer. Und wenn ihr rechts lange draufdrückt, 1,5 Sekunden ungefähr, dann geht ihr ein Titel weiter. Also wirklich ziemlich cool. Wird ja alles nochmal direkt beschrieben. Bei dreimal klicken, wie gesagt, auf der rechten Seite, ist dann sofort euer Sprachassistent dabei. Könnt ihr euch dann aussuchen, welchen ihr auswählen wollt. Ansonsten, wenn man das Ganze links mal macht, dreimal, dann ist man im Game-Modus drin. Ansonsten kann man auch noch mit zwei Sekunden rechts oder links drücken, ganz einfach telefonieren. Also ich muss sagen, die TrueFree A1 sind für mich wieder gekonnte Nachfolger. Warum mache ich das? Weil ich ja tatsächlich hier schon half in die Kopfhörerei, ich glaube jetzt vier Stück, in dem letzten Jahr ausprobiert habe. Und mir sind tatsächlich schon die ersten ja kaputt gegangen. Jetzt hänge ich jetzt noch an den Soundpeats R3, so wie an den, hier, welche sind das? Die App Fun Cute Meet 300. Die laufen auch noch. Und dann wird es schwierig. Ich hatte nochmal weiße Nainkas und schwarze Nainkas. Und die schwarzen Nainkas, die sind ja mittlerweile defekt. Da hatte ich das Problem, einer ist lauter, einer ist leiser. Das kannst du dir nicht geben, da kannst du mir nur einen Kopfhörer holen. Und an der Stelle habe ich lieber jetzt einen günstigen Ersatz schon mal liegen, weil ich die weißen Nainkas wahrscheinlich zeitnah auch austauschen werde, weil die sich auch irgendwie kaputt gespielt haben. Ist zwar traurig, aber wahr. Dennoch finde ich, die TrueFree A1 sind im Moment der gültige Nachfolger. Sie haben USB-C, damit brauche ich halt nur ein Ladekabel. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Und sie werden hier magnetisch im Case gehalten. Das ist wirklich schon mal sehr gut. Es ist zwar ein Vollkunststoff Case, aber was will ich jetzt auch erwarten für gerade einmal um die 30 Euro. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Sie brauchen bei mir kein Wireless Charging per USB-C. Reicht mir der Spaß aus. Und die Akkulaufzeit ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. So wie der Klang, der macht auf jeden Fall einfach nur Spaß. Und ist ideal, wenn man ringsherum seine Umgebung hören möchte. Egal ob im Haus oder draußen im Verkehr, wenn man über die Straßen geht oder fährt. Dann bin ich an der Stelle erstmal raus. Ich verlinke euch die TrueFree A1 unten in der Videobeschreibung. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, zum Telefonieren oder zum Musik- oder Hörbuchhören kann man soweit nichts falsch machen. Und für ein Budget, sage ich mal, von gerade einmal 30, 35 Euro ist das wohl völlig verschmerzbar. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.